beziehungsweise die können wir auch noch machen liegt ja alles vor der haustür quasi wächst ja alles war schön nach dass er das tolle dabei so und dann machen wir das noch hier sei jetzt aber holz war ja voll ne ne doch nicht jetzt holz voll ach unsere ressourcen die ganze nacht arbeiten wir durch so ich glaube wir kriegen holz diesmal richtig voll da liegt noch holz da nimmst du das wohl mit danke gut ist voll gut ist voll das ist ja tun so haben wir wieder hier auf 125 ich finde es echt witzig dass man das aussieht dass das voll ist das halt so cool nehmen wir auch noch mit 500 hier so in der nähe ist so ich schnabulier mal eben was die leckeren selbstgepflanzen pumpkins lecker lecker lecker玩 haben wir eigentlich Steine voll? Also im Inventar? Nein, anscheinend nicht. 32. So. Die Nacht kann eigentlich gar nicht mehr lange andauern, glaube ich. Steine machen wir auch mal ein bisschen voll wieder. Wie viel haben wir denn noch? Ach, okay. Das war's schon. Gut. Fast voll. Leck mich fett. Ich würde sagen, wir liegen und schlafen. Mit der Fackel in Anki schlafen. So. Gut Nacht, meine Freunde. Der nächste Morgen beginnt mit Gießen? Nein. Es ist an... Oh ja. Aber... Wir kriegen... Ah ja, das sind ja Bieren. Ah, Lavendel full. Dann dürfen wir das nicht... Oh fuck. Dann dürfen wir das nicht machen. Oh man, sonst hätten wir das schon. Oh fuck. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Lavendel vorhin viel zu viel schon gehabt. Wir müssen verkaufen. Ganz schnell und zügig. Ich komme, meine Floristin. So, ich bin schon auf dem Weg. Hallo. Wie heißt sie eigentlich nochmal? Steff. Hey Steff. Ich hab was zum Verkaufen. Guck mal hier. 100. Ist das nicht schön? Ach so, brauchen wir ja nicht. Äh, hab ich sonst noch was zu verkaufen? Fünf. Hier. Für dich. Rose haben wir nicht. Okay. 248. Freunde, es kann nicht mehr lange dauern. Es kann nicht mehr lange dauern. Durch Blumen werden wir reich. Ich seh's schon vor meinem geistigen Auge. Wir werden stinkt. Wir werden voller Florist. Ich hab meine Berufung gefunden. Ich werde Florist. Sehr schön. Hier können wir wieder was einpflanzen. So. Die andere. Oh, da ist noch was fertig. Zack, da ist auch noch was fertig. Wir haben noch... Ich sag mal, kein Platz mehr, ne? Wir hätten noch andere Seeds. Komm, ich pflanze hier mal... Ja, die Blume. Und hier... Nein? Hör auf damit. Lass das. Wie viel haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwo... Da ist noch Platz frei. Wir haben noch jede Menge Seeds, ne? Nein. Jetzt haben wir alles verbaut. Sehr schön. Aber ich denke, wir müssen gießen. Wie viel Lavendel haben wir denn? Nichts. Wir haben nichts an Lavendel. Okay. Gut. Was ist das denn hier unten? Ah, Passionsfrucht. Oh, lecker. Passionsfrucht. Köstlich. Freunde, ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn wir harvesten, dann ist es soweit, ne? Dann ist es wirklich soweit. Dann können wir auf jeden Fall sagen, dass wir definitiv alles haben für den Backpack. Und dann können wir nämlich auch, äh, wahrscheinlich dann... Ja, das Dorf upgraden, glaube ich eher nicht, weil wir brauchen bessere Ressourcen. Äh, nicht bessere Ressourcen, bessere Ausrüstung. Damit wir das andere Holz abhacken können. Ich würde zwar gerne das Dorf upgraden. Das Problem ist halt einfach, ähm... Das Schwimmen, ne? Das Schwimmen macht mir halt immer Sorgen. Weil... Ich würde schon gerne ein Boot haben. Ich könnte mir vorstellen, dass den, den wir gerettet haben, dass der vielleicht irgendwie so ein Bootsmacher ist oder sowas. So, ich hacke mal nochmal ein bisschen Holz. Dann haben wir auf Reserve. Falls wir nochmal was bauen wollen oder so. Wir wollen ja auch bestimmt nochmal vielleicht ein paar weitere Pflanzenkübel bauen. So. Ja, so langsam wird's voll. Das andere Holz... Ich hab erst gedacht, das wär verarbeitetes Holz, was wir da... Äh, gesehen haben. Also hier, wenn wir hier einlagern. Aber das ist tatsächlich anderes Holz, was wir erst abhacken müssen. Also farmen müssen. Ist ja krass. So. Sehr schön. So, die nehm ich auch noch mit hier. Und da war auch Stein gewesen. Würde ich auch gleich mitnehmen. Und Holz. Wir hacken Holz. Was das Zeug hält. Komm, die machen wir auch noch weg. Was war? Haben wir. Na? Sehr schön. Das ist ne Menge Holz. Da können wir eine richtige Autobahn bauen hier. So. Gut. Ich sammle mal ein. Am besten die erstmal, die weit weg liegen. So. Wut ist voll. Mein Gott, liegt hier viel Holz rum. Aber so kriegen wir es wenigstens voll. Und ich glaube, wir müssen gleich gießen, oder? Können wir mir vorstellen, dass wir gleich gießen müssen. Kann nicht mehr lange dauern. Oder. Es wird regnen. Ich weiß es nicht. Wir können wahrscheinlich nur nachts schlafen, ne? Sonst könnten wir nämlich nochmal irgendwie den Tag schnell rumkriegen. Schub, 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 schub. Überleg mal. 300 Holz kann man dann mitnehmen. Voll viel. Da kann man ja schon beinahe zwei solche Dinger machen. Ich glaube, ganz voll kriegen wir mit der Rutsche jetzt, glaube ich, nicht. Oh, da ist ja noch ein Baum. Hallo? Wo kommst du denn her? Der wächst immer. Der wächst immer nach. Ich gucke mal eben gerade wegen gießen, aber... Oh, ist sogar was fertig. Oh. Lavendel. Acht. Zehn. Zwölf. Nice. Nein, hör auf. Lass das. So, ich glaube, mehr können wir eh nicht pflanzen. Wir haben, glaube ich, sogar noch Seeds. Jo, einen noch, aber sehr schön. So, das heißt, wir können die Sachen auch verkaufen. Ich gehe nochmal eben schnell das Holz einsammeln. Dann haben wir das auch. Dann ist das auch soweit erledigt. Komm, bitte reich. Bitte reich. Ja, Gott sei Dank. Hier war ja nichts mehr, ne? Nö, okay. Ja, die zwei könnte ich jetzt auch noch mitnehmen hier. Dann sind die auch weg. Komm. Die wachsen ja eh alle, wie gesagt, nach. Dass ich immer die Bienen stören muss. So. Und wir rollen die Roll, die Roll, die Roll, die Roll. Und wir rollen die Roll, die Roll, die Roll, die Roll. So, 120. Und dann nehmen wir die noch mit. Und dann haben wir, glaube ich, jede Menge an Holz. Und dann gehen wir mal verkaufen im Dörfchen bei... Bef, Bef, Sef, nee, wie heißt die Nummer? Steff. Stefanie. Dann gehen wir wieder zu Stefanie. Ich fände es noch cool, wenn sie noch so ein System einbauen würden. Vielleicht Teil 2. Ich weiß ja nicht, ob es in dem Teil so was noch kommen könnte. Dass man so über Stardew Valley vielleicht so Freundschaften anfangen kann. So was. Oder wirklich auch so, dass... So wie Stardew Valley. So mit Uhrzeiten bei den Läden und so einem ganzen Krempel, weißt du? Das wäre noch geil. Dass du wirklich auch Uhrzeit hast. Das könnte man im zweiten Teil ja machen. So als Idee. Na? So. Dann. Freunde, ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Ich glaube, es ist soweit. Wir haben gar keine Schuhe an, sehe ich gerade. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Hallo, Stefanie. Na? Hey there. Nein, es reicht noch nicht. Verdammt. Es reicht noch nicht. Haben wir sonst noch irgendwas zu verkaufen? Ne. Seeds können wir verkaufen. Aber will ich ja nicht. Oh, 278. Es gibt's nicht. Es reicht immer noch nicht. Mann. Toll. Super. 22 Geld fehlt uns noch. 22 Geld, Mann. So, die Birnenbäume wachsen auch anscheinend. Diesen brauche ich noch nicht. Achso. Steine können wir reinpacken, ne? Oder? Ja. Sehr schön. So. Wie schön das detailliert ist einfach. Dass es voll ist und so. Das finde ich super. Kann ich schlafen gehen? Um die Zeit zu überbrücken? Mann. Geh doch da hoch. Oh, ist das dein Ernst? Kann bestimmt nicht schlafen, ne? Ne. Mann kann nur nachts schlafen. Okay. Was machen wir denn? Sammeln wir noch ein bisschen Ressourcen ein? Ich mach mal die Gießkanne voll. Wir müssen bestimmt irgendwie gleich gießen. Ich hab da so ein bisschen im Gefühl. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Achso. Ich kann mal einfach da hinstellen. So, wenn ich hier so stehe, müsst ihr eigentlich alles gießen, oder? Nein. Natürlich nicht. So. Okay, die drei Felder werden gegossen. Sehr schön. So. Nochmal voll machen die Schüssel. Voll die Gärtner. Da hinten hat er nicht. Das machen wir so. Sehr schön. So. Die Bäume sind, glaube ich, noch nicht reif. Da hängen noch keine Bieren dran. Ich ess nochmal eben schnell. Mh, lecker Pumpkin. So. Aber es wird nach... Das heißt, wir können... Die Dämmerung bricht ein. Das heißt, wir können schlafen. Ich hoffe... Ich hoffe so sehr, dass wir bald ernten können. Ich versuche mal zu schlafen. Geht's? Ja. Gute Nacht. Es hat wohl geregnet, die Nacht auch. Anscheinend war ganz kurz Regen zu sehen. Und? Ja, es wird. Es wird. Es kann nicht mehr lange dauern. Freunde, es kann nicht mehr lange dauern. Nicht mehr lange. Ah, was machen wir denn so lange? Ich hack nochmal ein bisschen Holz. So. Dadada. Schwupps. Gut, wir können natürlich auch Holz verkaufen gehen. Können wir natürlich auch machen. Ich würde mal 100 Holz verkaufen gehen. Mal gucken, was das bringt. Ich glaube, zwar... Kriegen wir nicht zwei Thaler? Zwei Thaler durch Holz? War das nicht so pro Holz zwei Thaler? Können wir einfach spaßeshalber mal machen. Ich würde jetzt einmal voll machen Holz. Mit unserem Inventar. So. Hier sind bestimmt noch Bäume, ne? Irgendwo. Oder haben wir alles kahl gehackt? Kahl. Hier sieht auch aus, als würde hier irgendwas kommen. Also, hier, als ob hier noch ein Bau ist oder so. Oder vielleicht hätten wir auch hier gut bauen können. Aber ich mag das nicht mit diesem... Dass hier so eine Mauer ist. Das sieht irgendwie komisch aus. So, 100. Gucken wir mal, wie viel wir kriegen. Bei dem Tischler. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So. Fünf. Zehn kriegen wir da durch. Wow. 288. Woo. Nur nicht so viel. Also, er will fünf Holz und davon kriegen wir zwei oder so. Oh Gott. Na gut. Gut, äh, es ist jetzt nicht so lukrativ und lohnenswert. Naja. Kann das mal schneller wachsen? Das wäre ganz toll. Ich glaube, ich habe noch gar nicht... Oh, die werden immer größer. Jede Pammkens, ne? Ähm, noch gar nicht so drauf geachtet, ob man auch irgendwie Obst verkaufen kann, oder? Ich glaube nicht, ne? So, da ist Clay. Clay würde ich nochmal mitnehmen. Ich bin voll Clay. Voll Clay, voll okay. Clay ist voll? Ernsthaft? Dann geben wir Clay nochmal auffüllen bei uns. Also soll, so wie wir das gehört haben, tatsächlich ein Survival-Modus kommen. So ein Hardcore-Survival-Modus, wo man dann wahrscheinlich mehr Hunger leidet. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wo man mehr auf die Ressourcen achten muss. Vielleicht kommt ja noch Trinken dazu oder so in diesem Modus. Würde ich mir vielleicht mal im Stream angucken, wenn das kommen sollte, irgendwann. Oder vielleicht, vielleicht erleben wir das ja hier auch nochmal. Ich weiß ja nicht, wie lange ich das hier noch spiele. Ich würde gerne noch alles erkunden. Also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ist ja so das nächste Survival-Game jetzt hier, da ja, wie gesagt, Night of the Dead, ja leider, leider es nicht geschafft hat, zu überleben. Durch, äh, ein Speicherstand-Bug. Oder, was heißt Speicherstand-Bug, aber durch Speicherstand-Bug nicht, sondern dadurch, dass es weg ist. Und ich davon ausgegangen bin, dass es in der Cloud gespeichert wird. Wie ärgerlich. Naja, so kann's passieren, ne? So, das nehmen wir alles mit. Schupp, 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 schupp. So, hier liegt noch ein bisschen Holz rum. Nehmen wir gleich. Holen wir gleich ab. Ach, wie schön. Ja, ja. So. Dann füllen wir mal auf. 40, da müssen noch 10 rein, dann haben wir voll. So. Ich weiß, ist jetzt nicht so spannend. Oh, da ist noch Clay. Clay nehme ich mit. Und den Baum hier, weil er so alleine steht. So. Okay, dann wollen wir mal. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so spannend, jetzt hier zuzusehen, wie ich am Farmen bin. Ich weiß, aber wir werden da noch ein bisschen mehr erkunden und so. Es geht jetzt einfach nur darum, dass wir den Backpack kriegen. Das wäre jetzt wichtig. So, 3, oh mein Gott, es fehlt nicht mehr viel. Ich mach das jetzt einmal alles voll. Komm, ganz ehrlich. Wir machen das jetzt einmal alles richtig voll und dann ist auch gut. Okay. Hinter dem Zaun bin ich hier am abhacken. Die Dorfbewohner denken auch, was baut der eigentlich da? Baut er sich ein riesen Anwesen oder was? Ich mein, das riesen Anwesen haben wir ja schon. Flexi baut groß. So ist das nun mal. Ich baue nicht klein, wenn, dann denke ich direkt groß. Ich habe ja auch gedacht, dass wir vielleicht Lagerräume brauchen oder so. Aber anscheinend ist es ja nicht so. Anscheinend brauchen wir ja gar keine Lagerräume. Also von so an, ne? Passt das ja eigentlich. So. So, Woodfull. Ich glaube, einmal müssen wir noch ein bisschen hacken. Oh, die Bäume sind fertig. Warte. Hier hacke ich sofort. Machen wir es sofort fertig. Kriegen wir ja auch noch ein bisschen Holz. Also der ist auf jeden Fall fertig. Und der auch. Sehr schön. Würde ich auch direkt wieder einpflanzen. Der ist noch nicht. Die anderen Sachen sind auch noch nicht. Die Pumpkin, die werden immer dicker, habe ich das Gefühl. Ah, fünf und... Ja, macht der immer fünf rein? Ich will nicht, wie da jetzt dieser Backe entsteht. Das ist ja ein bisschen blöd gewesen. So. Sammeln wir mal ein. Bisschen Holz noch. So. Ähm. Nö, diesmal nicht. Hier steht kein Baum mehr demnächst. Ich sehe das schon kommen. So. Das, das, das. Das, 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 das. Äh, ich weiß nicht. Könnte reichen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber hier sind die Sachen bestimmt auch gleich fertig. Müssen wir gießen? Nee, ne. Nee, ist noch dunkel. Die Erde ist noch dunkel. Die Fritos Erde. Äh. Noch 40. Wir brauchen noch 40 Holz, sag mal. Gut, gucken wir mal. 40 Holz kriegen wir bestimmt schnell zusammen, oder? So, das dürfte aber auch, glaube ich, reichen jetzt. So, volle Taschen, volles Lager. 18, 26, 35, 40. Jawohl, haben wir. Sehr schön. So, ab nach Hause. Und dann dürfte ja eigentlich gleich die Abente im Morgen schon einbrechen. Es geht eigentlich relativ zügig mit Tag und Nacht, oder? Oder täusche ich mich da? Noch nichts fertig. Mann. Ich bin nervös. Juhu. Und wir haben im Inventory? Haben wir noch 6 Holz. Sehr schön. Okay, müssen. Oh, da müssen wir doch gießen. Ich guck mal eben. Doch, wir müssen gießen. Oha. Ja, es ist, glaube ich, wichtig zu gießen. Es ist doch... Es sah so komisch aus. So, machen wir das mal. Besser ist. Vielleicht haben wir dann gleich das Glück, dass... Das gleich gewachsen ist und wir ernten können. So, dann müssen wir doch noch da gießen. Dann passt das eigentlich. Da hinten gießt er nicht. Natürlich, die Ecke da, die trifft er nicht. Mann, du bist aber auch ein... Mein Gott. Was bist du für ein Farmer? Wollte schon gerade sagen. Jetzt trifft er nicht. Ja, die Abenddämmerung kommt. So, ich füll nochmal auf. Wenn wir Glück haben... Gehe ich jetzt schlafen und morgen ist alles... Und morgen ist alles gewachsen. Ich hoffe. Ich lege mich direkt schlafen. Ah, geht noch nicht. Gut. Dann warten wir noch, bis jetzt die Abendsonne hereinbricht. Oder ist jetzt hier schon entstanden? Nee, ne? Ah...